Ich bin Dominik, ich mache Social Media bei Transa. Ich bin, glaube ich, noch nie mehr als zwei Tage ein Stück zu campen, ausser dem Alpenhör. Und ich bin eine Woche allein im Wallis gestrandet, nachdem das letzte Postauto gefahren ist. Hallo zusammen, heute machen wir uns alle ein Survival-Kit in einer 1-Litern-Algenflasche. Guten Tag, warte. Kochen, etwas zum Essen. Kekse, du hast schon noch Zeit, oder? Gerade, ich brauche unbedingt einen von diesen Felsstechern für die Iberts im Wallis. Was hast du für mich? Ich habe Karabiner, weil ich auch eine Hängematte. Für die Hängematte brauchst du zwei Karabiner. Ich habe einen mega praktischen Felsstecher. Ein guter Zeitvertrieb ist auch wichtig für überleben. Mega wichtige Gewürze. Und ich habe ein paar gute Linien genommen. Ich muss es halt ein wenig verbrösen. Ich habe drei Führstücke dabei. Ich muss nicht... Ich finde es gut. Ich habe natürlich eine kleine Gabel dabei. Und ein Messer. Ich sehe, wir gehen Richtung Bushcraft in. Ein gutes Licht. Seifen, damit ich nicht anfange zu stecken. Und der Hut ist eben ein kleiner Geheimer Hut. Wenn du in Überlebenssituationen bist, sind vor allem drei Sachen wichtig. Einerseits, dass du Wasser hast. Andererseits ist immer die Isolation. Und letztendlich, sehr wichtig, ist Nahrung. Aber das soll das nicht schade sein. Und das ist einfache, aber das ist einfach gar nicht. Dann haben wir einen Gerutzt. Und das ist das schade.